bei er wieder speichern zur sicherheit wieder eine gruft können wir vorstellen dass man jetzt hier durchsprengen kann weil die so eine andere farbe haben vielleicht nur zu schwach für ja also theoretisch kann ich doch einfach hier durchschieben kann ich mir die rakete nein sparen alter über stunden dran vorbei gelaufen drauf mit dir hierher schieben und jetzt schön hier runter die frage ist auch noch welches die leiden sogar oben ok ich hätte jetzt gedacht die gehen wieder runter jetzt komme ich da natürlich noch nicht hoch ist ja oh klar aber warum sind hier drei von den dingern ich glaube nicht dass ich die mit in den nächsten raum schieben kann einfach mal versuchen ne bringt nix hätte ja sein können dass er dann sagt von wegen ach warte mal hier gibt es ja noch da kann man bestimmt den boden zum einsturz bringen nicht okay hätte ich gedacht das wäre so von wegen der boden bricht dann ein kann ich aber überhaupt nichts machen ich komme nicht durch die tür dafür ist wahrscheinlich der hebel ich bringe das ding jetzt einfach doch mal weg hat aber nichts gebracht Es macht hier die ganze Zeit dieses Geräusch von wegen, ich schieb den Block, aber vielleicht kann ich das, ähm, hier sprengen. Ah. So ist das. Also doch den Block da drauf, aber erst mal den Knopf raussprengen. Einfach mal so ein bisschen hin und her probieren, ne? Dann kommst du schon da drauf. Es ist ja wirklich nicht groß schwer. Oder kompliziert. Man kommt schon drunter hin. Ich denke, wie gesagt, auch er, dass sich das Spiel damals an eine jüngere Zielgruppe gerichtet hat. So. Jetzt sind wir schon mal so weit. Ist ja kein Gegner hier, ne? Ähm. Ein paar viele Figuren. Hier weiß ich nicht, dass der Kniff die hier im gleichen Muster zu haben wie die da. Ja, das war eine. Die kommen hier nicht durch hier. Kann doch jetzt nicht sein. Los, Bilbo. Ach, das sind verschiedene Figürchen. Okay. Okay. Jetzt die runter. Die hoch. Mal kurz nochmal auf die Seite. Ich gehst hier nicht hier runter, oder was? Doch. So. Jetzt haben wir's. Alter. Die ist gleich. Erstmal noch mal ein Hebel für Hebelrätsel. Juhu. Hä? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Das wird nur schwieriger. War nicht falsch, dass er sich resettet hatte? Sondern nur die Macherin verpasst. Ein paar Stufen. Wahrscheinlich drei. Eins. Juhu. Ich hoffe, ich hab's mir vernünftig gemerkt. Okay. Okay. War falsch. Ah, verdammt. Hä? Jetzt kommen wir gerade ein bisschen raus. Ah, doch. Okay. Jetzt haben wir es. Das ist etwa zweimal der linke, dann nochmal der in der Mitte und dann der rechte. Ich habe zum Glück, dass man immer nur einen Schaden genommen hat. Ach so. Ich dachte, ich wäre unter der Fledermaus. Oder was, das hier auch eigentlich so... Da soll ich nur, glaube ich, eine Fledermaus sein, oder? Kann ich sagen, der Geist wird aber noch nicht erledigt sein. So, gehen wir jetzt in die Rune? Nein, schon wieder. Ihr habt die Kugel der Erebor gefunden. Okay. Scheint also hier durchaus... Obwohl, das ist wieder alles zurück. Wieder einer hier hingegangen und hat das wieder so geordnet, wa? Äh, da, 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 da. Ja, aber zumindest, der, ähm, der Dings, der, der Knopf, der ist hier da. Der haben sie nicht wieder verbullt. Klingt das eigentlich, irgendwas hier da nicht anzumachen? Das ist, glaube ich, Schnurz, ne? So. Dann gehen wir mal noch hier rein, würde ich sagen. Dann muss ich irgendwie runterkommen. Höp. Gut, das war einfach nur durchs Lichtmache. Das war ja sogar verhältnismäßig jetzt sehr einfach. Zu den ganzen anderen, die wir jetzt in den anderen Kruften hatten. Huiiii, hüpp. Komm her, du, Leitervieh. Kann ich den verschieben? War ja halt wieder so ein, so ein, so ein Riss. So ein Riss, denke ich immer, von wegen. Kannst du in der Luft jagen. Wann möchte ich den App hören? Der ist ja durchgegangen. Warum können die den, kann die Rakete da durchfliegen? Komm her, du Geist. Nicht getroffen, ne? Er hat mich auch getroffen. So, weg ist er. Toll. Kommt der Nächste. Aber hier ist eh nichts, oder? Kriegt man dann irgendwas, muss man die besiegen. Zumindest vielleicht hat's gegeben. Komm her. Blödes Vieh. Toll. Richtig nett, wenn die da außerdem, äh, aus dem Bild einfach rausfliegen, ey. Ne, ne, einer fehlt noch. Einer geht noch, einer geht noch ein. Hm. Komm doch raus, du Flattermann. Schon mal will ich den besiegen. Was ist das für ne Kuschelküste? Ich bin ein Geist aus der Kiste vertrieben, wa? Hey, Schlüssel. Die Truhe ist leer. Nichts drunter, da ist noch eine Münze wenigstens drunter. Wie viel hab ich eigentlich? 38. 39. Ne, gib dir mal einen, ne? Gibt keine, keine höhere Summe. So. Ja, das war jetzt. Zwei von drei. Komm her, bevor du wieder aus dem Bild rausgehst. Boah, dieses blöde Misphie, ey. Boah. Darf ich auch mal? Passiert aber nichts. Die einen, die hauen die ganze Zeit vor dir ab. Die fliegen irgendwie über dich durch. Keine Ahnung wie. Die fliehen aber, ich bin echt nervig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, guck mal, der war schon mal richtig. Bleib weg hier. Ey. Dann hier rein. Ne, Truhe. Yay. Ihr habt den Granat der Girion gefunden. Kann man ja eigentlich da links, kann man doch auch hoch. Gibt's da was? Also nur ein anderer Weg, okay. Bespenster hier. Weil hier fehlt doch noch, soll ich mal da kommen. So. Toll. Einfach ignorieren und weitergehen. Mann, das ist diese doofe Fledermaus. Warte, jetzt komme ich da da oben lang. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite raus. Na gut. Dann haben wir das hier. Erstmal gelöst. Und können jetzt hier unten weitergehen und Gandalf suchen. Weil eigentlich suchen wir ja gar nicht Gandalf, sondern nur Bart. So, hier werde ich wegbomben. Ne, weiter Knopf. Ah, ah, ah. Okay, wir müssen hier die Steine einsetzen, die wir gefunden haben. Habe ich schon gedacht, die sehen irgendwie komisch aus, da die Muster. Aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich die Steine da einsetzen muss. Sondern habe irgendwie damit gerechnet, dass man da Rätsel oder so lösen muss. Ich glaube, ich muss die coolen Steine hier finden, um einfach weiterzukommen. Weil ich jetzt mit der Textur ein bisschen nicht übersichtlich. Geht man so links hoch oder wo musst du hin? Ihr seid in der Stadt nicht willkommen. Möchtest du mich verarschen? Ich will mich doch verarschen, ey. Der will mich veräppeln. Warum bin ich denn in der Stadt nicht willkommen? Ich bin's willbewollt. Ach, er hätte eigentlich da oben sprechen können. Toll. Äh, laden meine ich. Ich bringe euch die Lösung. Er schmeißt mich einfach raus, diese dumme Elb. Die haben eine Arroganz, ne? Nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Also als er auf mich zugekommen ist, habe ich schon gesagt, hier läuft irgendwas falsch. Aber das war echt dumm. Wir würden mich ja eigentlich gefangen nehmen. Sagen, ey. Wir haben hier einen verbündeten der Zwerge. Den können wir jetzt als Druckmittel nehmen. Wie auch immer. Aber nee. Ist der Oberschlau-Elb. Wer seid ihr und was wollt ihr sprechen? Er hat mich auch nicht sehen können. Ich war doch unsichtbar. Ich bin diese ganze Sache leid. Niemand zeigt Vernunft. Mir gehört ein Anteil des Schatzes. Daher würde ich die Sachen gerne geklärt haben. Ich muss euch warnen, dass Thorins Verbundete dann Dein und die Zwerge der Eisenberge bereits unterwegs sind. Es wird zu einem unnötigen Krieg kommen. Wollt ihr uns drohen oder gar eure Freunde verraten? Ich möchte allen doch nur Ärger ersparen. Ich mache euch ein Angebot. Das wäre was? Das? Was wäre das? Ihr könnt ihn euch ansehen. Trains Arkenstein. Er ist Thorin jeden Preis wert. Wie könnt ihr diesen Schatz den fortgeben? Eigentlich kann ich das nicht, aber ich bin gewillt, ihn gegen mein Vierzehntel des Gewinns einzumsetzen. Bilbo Beutlin, ihr seid in der Tat ein einzigartiger Hobbit. Wir haben gar nicht gesagt, dass wir Bilbo Beutlin sind. Aber die Zwerge könnten sich gegen euch wenden. Bleibt hier bei uns. Vielen Dank, aber nach allem, was wir durchgemacht haben, kann ich meine Freundin nicht im Stich lassen. Können wir mal rein. Nein, können wir nicht, aber das kann laufen. Schnell mit dem Ring, dann vorbei. Was, der hat mich auch gesehen. Gut gemacht, Herr Beutlin, ihr habt eine gute Tat vollbrat. Vor uns liegen schwere Zeiten, aber Kopf hoch. Kehrt jetzt schnell zum Berg zurück. Gespeichert. prep Ganze Bis zum nächsten Mal.